hallo und herzlich willkommen hier ist der thomas von world gameplay und hier ist jetzt die letzte fahrt von diesem spiel world of subways volume 3 london underground underground so machen wir mal nach fahrplan fahren so oder was gibt es hier noch warte mal kurz spiel laden waren und fahrplan okay wir fahren diesmal von victoria von victoria nach es muss immer ganz kurz gucken wo das ist auf dem plan als es hier okay victoria wo sind dies das bestimmt irgendwo da hinten oder da unten ja das reicht oder liverpool street embankment wo ist dies liverpool street da hier ist das und embankment das ist viel zu kurz da ja wir machen victoria und es machen wir und dann machen wir mal 15 uhr dann ist auch mal hier nachmittag dann ist auch mal hell und dann machen wir mal sonnenschein okay jetzt mal kurz aufschreiben wo wir hinfahren sonst vergesse es wieder also victoria und rot gut okay starten wir bin gespannt also wenn ich diese fahrt hier zu ende gemacht habe ist das spiel fertig kommt es nicht mehr dann warten wir so lange bis der davor bekommt muss laut so hier ist victoria ja schön aber welche richtung ich habe so viel ahnung ja welche richtung toll hier ist eine kamera hallo kuckuck Tiki-Tiwi ein paar Faxen reinmachen gibt es hier keine... oh hier gibt es ein Telefonzelle ja toll und jetzt? ach egal das wird schon hinten sein oder? wenn nicht dann starten wir es halt nochmal und dann machen wir es halt auf der anderen Seite Victoria bin ich, Edge Reward kommt, das heißt das nächste müsste dann Sloan Square sein hoffe ich ich hoffe es sehr Hallo? wieso geht er nicht durch? es gibt es ja nicht ich muss erstmal wieder vorlaufen ah ja hier ist die Ampel okay dann bin ich richtig gut 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 guti guti gut 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 ja hier kann ich rein so genau so wieso steigen die jetzt schon ein? das ist halt der Scheiß da ich hab das euch ja mal erlaubt einzusteigen so jetzt muss ich mal hinten rein damit ich hier Lichter einschalten kann, die Rücklichter dazu gehe ich jetzt von hier rein so machen wir hier die Tür auf jawohl geht doch okay dann hier Armatur Rücklichter an und die Zielanzeige wo sind die? genau Zielanzeige ja da wartet der Zug schon okay gut nach Edge Reward müssen wir fahren da machen okay dann gehen wir hier wieder raus Tür zu so und vorne wieder einsteigen und alles paletti machen Vorsicht danke sind ja nicht viele Stationen zum Glück so kommen hier auch mal zu so dann machen wir das mal hier schub schub dann anmachen 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 zack einschalten Edge Reward neidrücken so jawohl äh ist es jetzt Innerrail oder oh Gottes Willen jetzt muss ich nochmal gucken warte mal kurz oh das ist jetzt eine schwere Aufgabe ähm jetzt muss ich mal ganz kurz hier ist das Ansagensystem da ist es doch okay Edge Reward das ist hier das ist dann Innerrail ist das aha gut dann machen wir Innerrail äh Programm Innerrail Circuline Innerrail okay Enter Start ist Victoria ob ist es überhaupt da drin ah hier Enter und Edge Reward Ende ne nicht Hammersmith sag mal Hammersmith das heißt Hammersmith Englisch will gelernt sein Start warum Start ja dann halt Start meine Fresse so so zack wahren wir hier mal auf Abfahrt ist 15 Uhr 6 äh wie war das noch gleich wie guck ich nochmal raus ich weiß gar nicht mehr ah ja so genau oh ich wieder so zumachen gut so dann können wir losfahren ja jawoll es funktioniert ich hab's geschafft hurra hurra ein echter Traum ach so ich darf 40 fahren 40 40 so jawoll jetzt kommt Sloan Square gut das passt ja schon mal das stimmt gar nicht das ist Sloan Square ist Sloan Square oh Mann falsch eingetippt da der Mist nein ach komm innavale Victoria muss man das andere eintippen hier du vollhonk warte mal ist es nicht irgendwie gibt's nicht das Ende Start ne gibt's das da machen wir das da zack 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 nein wat warum St. James's Park ist doch Ding oh du machst mich krank was jetzt wieder so hallo es ist Slunk wer ach scheiß drauf äh 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 warte mal vielleicht other rail machen ne warte mal district boah du machst mich fertig warte mal ich brauch die Anleitung ähm äh also automatische other rail dann ist es other rail oder wat other 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 rail ich versuch's einfach mal zack Start Start ist Victoria hier ist es doch Ende ist Edge Where Road No End wieso steht es da No End ich brauch End da End 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 Oh und was ist jetzt wie kann ich jetzt denn weiterschalten manuell abgespielt werden ja Vorgehensweisen bei erreichen es geht aber nicht äh hä warte mal ich verstehe überhaupt nichts mehr jetzt warte mal das Lone Square machen wir jetzt oh alter was ist das wisst ihr was ich fahr jetzt weiter ist mir jetzt wurscht was ist denn jetzt los nein nicht Victoria oh man was willst du von mir ja es geht jetzt ist Ruh fahr weiter du voll Hirn so das war jetzt meine Beleidigung an dich oh man endlich schwere Geburt hier kann nicht wahr sein ist ja echt der Wahnsinn mit dem Spiel naja was soll's Hauptsache es funktioniert jetzt und alles ist gechillt echt gegrubbt Danisane von Danone so 40 Meter noch was denn jetzt wieder jetzt ist es rot auch noch oh noch ein Zug vor mir Gottes Willen jetzt hat er jetzt gerade noch gefehlt hier vorne müsste gleich die Haltestelle kommen und zwar South Kensington Biccadilly Biccadilly Line gibt auch den Biccadilly Zirkus stimmt's Biccadilly Leiter Biccadilly Zirkus oh mein Gott das sagte mal einer wenn der wo 10 Schnaps gesoffen hat der kann es besser aussprechen als so aufmachen zack ich bin viel zu spät dran ja ja so los los geht's müssen wir ein bisschen Zeit aufholen hier oh wie es quietscht da Gloucester Road kommt jetzt Gloucester Road na gut ein MPH ist auch nicht so schlimm jetzt oh es ist rot ok ich dachte der ist weg Mann voll blöd so einsteigen bevor es grün wird oder bis es grün wird jetzt so bin mit der Gesamtsituation zufrieden sagt man ja immer so rot 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 warum ist es immer rot warum warum high street kensington in 875 meter du 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 ich hoffe das bleibt jetzt grün ich hoffe es ich würde auch gerne mal wieder schneller fahren ja ins recht ist so 50 oder so es ist ja auch am nachmittag jetzt hier und sonne scheint auch das heißt es müsste hell sein ohne wolken ohne nix und es ist hell erscheint die sonne cool echt toll echt toll ja so ist es schön so will ich es haben langsam schon mal okay hinten steigen noch welche ein jetzt wir müssen es wieder einholen was wir verpasst haben notting hill gate Also ich kann euch nur empfehlen, das Spiel selbst zu spielen, das macht echt Spaß. Ich habe auch überhaupt keine Langeweile bei dem Spiel. Überhaupt nicht. Sehr gut. Weiter geht's. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es hier keine Kantenkletzung gibt. Aber ist wurscht. Was soll's. Man kann es spielen. Basewater kommt jetzt. Ah, da vorne, oder? Ja, sehe ich schon. So, 21 ist Abfahrt, jetzt ist es gleich soweit. Wir müssen bald da sein. Ein Zug kommt mir entgegen. Hello, hello. Hello. Was ich cool finde, ist, dass hier diese Lichtspiele, dass hier alles sich spiegelt, am Boden, alles hier abwirft, die Schatten und so. Voll cool. Hahaha. Nicht so schnell. Paddington Circle. Whoa. The next station is Paddington. Change for the Bakerloo Line and National Rail Services. This is a circle line train to Edgware Road. Cool. Da wohn ich. Wingo Fly. Karibik. Brasilien. Hm. Okay. 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 So, abfahren. So, abfahren. Abfahrt. Abfahrt. Also das war jetzt ein Spiel, was mir jetzt echt Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr da zugeschaut habt immer. Euch hat es euch ja auch gefallen, habe ich schon gemerkt. Sonst würden da nicht so viele zugucken. Also ich merke schon, Simulatoren bleiben beliebt. Das merke ich schon. Ja, ich trinke lieber nicht, wenn ich hier Headset im Kopf habe. Dann schütte ich noch was über das Mikro. Gott sei Dank. Gebe nicht. So, jetzt sind wir gleich da bei der Endhaltestelle. So, 20. Ja, District Line. Hallo. Stehenbleiben. Mensch. So wahnsinnig. Oh. Mann. So, ausmachen. Auswertung. 72%. Ey, cool. Die Abfahrtszeiten wurden nicht eingehalten. Nicht alle Waggons standen korrekt am Bahnsteig. Die Ansagen waren nicht korrekt. Ja, danke. Die Heizung war nicht korrekt eingeschaltet. Wat? Heizung? Warum? Es wurde zu hart gebremst. Okay. Egal. Das war's dann hiermit. Und dann bis zum nächsten Let's Play. Tschüssi Kowski.